Hallo Nation, seht euch an, was Matthäus gesagt hat, aber zunächst einmal, wenn Sie ein treuer Fan von Borussia Dortmund sind und mehr Informationen wie diese möchten, empfehle ich, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren. Da ich alle Neuigkeiten verfolge und sie hier aus erster Hand auf dem laufenden Hals sind, zurück zum Thema, BVB-Verteidiger Mats Hummels feierte im Länderspiel gegen die USA, 3 zu 1, nach über zwei Jahren seine Rückkehr in die deutsche Nationalmannschaft. Landesrekordhalter Lothar Matthäus schaute genauer hin, Lothar Matthäus bescheinigte Rückkehrer Mats Hummels einen guten Leistungsträger, wie er nach dem Testspiel in Hartford bei RTL sagte. Der 34-Jährige wurde von Trainer Julian Nagelsmann an der Seite von DFB-Abwehrchef Antonio Rüdiger in die Startelf gesetzt, es war sein erster Einsatz seit dem Freundschaftsspiel gegen Lettland, 7 zu 1, im Juni 2021. Der Verteidiger von Borussia Dortmund habe zweimal Geschwindigkeitsprobleme gehabt. Ansonsten aber ein gutes Positionsspiel in der Abwehr gezeigt und immer wieder versucht, das Spiel von hinten anzuregen, fügte Matthäus hinzu. Matthäus lobt, da macht Fußball Spaß, auch in der Sport, der Einzelwertung schnitt der BVB-Routinie gut ab. Er hat offensiv viel verteidigt und ist regelmäßig aus der Abwehrkette heraus vorgerückt, heißt es in der Wertung. Damit Sie keine Informationen wie diese mehr Flecken hinterlassen, hinterlassen Sie ein Like auf dem Video, damit YouTube weiterhin Videos für Sie teilen kann. Und vergessen Sie nicht, den Kanal zu abonnieren und die Glocke zu aktivieren, damit Sie keine Neuigkeiten von unserem Team bemerken. Und das ist eine Umrüstung und ein Abschied.